Es geht heute um diesen allgemeinen Sinus, also die Bedeutung von A, B, C und D. Wie verändert sich der Sinus? Und das will ich mit GeoGebra machen. Wichtig ist, also wenn ich den normalen Sinus möchte, muss ich für A 1 einsetzen. Für B muss ich auch 1 einsetzen, weil einmal irgendwas bleibt 1. Hier für C muss ich 0 einsetzen und für D muss ich auch 0 einsetzen. Plus 0, dann fällt es weg. Und dann bekomme ich den normalen Sinus. Gut, und das machen wir jetzt mit GeoGebra. Das ist diese App. Da gebe ich ein, y ist gleich. Jetzt ist ein bisschen eine Sucherei. Ich habe hier den Sinus. Stopp, aber erst will ich jetzt A. Also A, jetzt wieder zurück, mal. Das x ist das mal. Jetzt bei f von x sind die Funktionen Sinus. Wieder A, B, C. So, B war das. B, 1, 2, 3 mal, Klammer auf, x, minus A, B, C, das ist C. Jetzt gehe ich hier weiter. Plus, 1, 2, 3. Plus, A, B, C, Dora. Schaut gut aus. Return. Und das Schöne ist, dass ich hier so Schieberegler sofort automatisch... Also GeoGebra merkt, x ist wahrscheinlich die Variable und A, B, C sind nur Parameter. Und jetzt setze ich D auf 0 und ich setze C auf 0, weil ich möchte den normalen Sinus. Und A und B sind 1. Das heißt, ich starte mit dem normalen Sinus und kann hier spielen, kann also A verändern und ui, und dann sehe ich, was da passiert. Und das Schöne ist, ergibt es auch noch die Play-Funktion und zwischen Minus 5 und 5 ändert sich jetzt hier die Amplitude. So, und Pause. Und genauso kann ich jetzt B verändern. Und dann merkt man, B macht die Periodendauer. Und wenn ich C verändere, schiebt es nur nach rechts und links. Und bei D geht es rauf und runter. Und wenn ich immer nur 1 verändere, lerne ich was. Und wenn ich alles gleichzeitig verändere, lerne ich gar nichts. Aber es schaut schön aus. Hier so. Genau, es ist wie so ein Sinus-Ballett.